Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Tatsächlich die letzte mit diesem blöden blauen Punkt auf meiner Brille mit in diesem Hintergrund, auch mit dem blöden Beleuchtungsproblem. Heißt also, ab nächster Woche wird alles wieder ganz normal, da bin ich aus dem Urlaub zurück und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen, aber wir werden jetzt trotzdem direkt mal anfangen. Es gibt wieder ein paar spannende Themen, zum Beispiel Northvolt in Verbindung mit Volkswagen, dann noch BMW, Abbott Laboratories, aber auch zum Beispiel Delivery Hero und natürlich noch ein paar andere, die werde ich jetzt wie immer nicht alle aufzählen, ihr könnt es dann aber natürlich sehen. Wir fangen jetzt direkt mal an mit Northvolt, denn laut mehreren Berichten möchte Northvolt gerne an die Börse, nicht heute, nicht morgen, aber 2022 oder spätestens 2023. Volkswagen ist ja groß investiert in Northvolt mit knapp 20%. Wie das Ganze dann aussehen wird, wird sehr, sehr interessant sein. Man hatte ja gerade noch eine Finanzierungsrunde und dementsprechend hat man jetzt gerade erst frisches Kapital bekommen, allerdings hat man sich auch nochmal dazu geäußert, dass man für einen großen Kapitalfluss nochmal sorgen muss, weil man einfach später noch groß expandieren möchte, also erweitern möchte das Ganze und dann braucht man einfach schlichtweg nochmal mehr Geld. Dementsprechend sieht es wohl so aus, als würde man dann an die Börse gehen, man ist zumindest gerade nicht abgeneigt. 20 bis 30 Milliarden soll die Bewertung werden, also so hoch soll dann die Marktkapitalisierung von Northvolt werden. Wir werden allerdings natürlich sehen, wie sich das Ganze ergibt, das ist jetzt natürlich noch ein bis vielleicht sogar zwei Jahre hin, vielleicht sogar zweieinhalb Jahre, dementsprechend da ist noch sehr, sehr viel drin, aber das sind zumindest die aktuellen Medienberichte dazu. Kommen wir zur nächsten News, es ist mal wieder ein Bonovia und Deutsche Wohnen und zwar lief ja um Punkt 24 Uhr am 22. Juni die Frist ab. Man wird jetzt sehen, weil auch noch ausländische Investoren, bis die Aktien dann reingekommen sind, kann es durchaus ein paar Werktage dauern, bis Montag, dann wird man genaueres sagen können. Jetzt gerade muss man auf jeden Fall noch zittern, es sah ja Dienstagabend noch so aus, dass man knapp 34% der Aktien von Deutsche Wohnen hatte. Jetzt gerade ist es also eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, wird jetzt abwarten müssen, ob das Ganze dann dementsprechend geklappt hat oder nicht. Wir werden dann dementsprechend sicherlich am Montag oder Dienstag in einem Newsvideo darüber berichten. Jetzt gerade sieht es aber auch noch, naja, ich sag mal ein bisschen auf der Kippe aus, also es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Nur so als kleine Nebeninfo, der Angebotspreis lag ja bei 52 Euro. Im Übrigen ist der aktuelle Kurs von Deutsche Wohnen 51,50 Euro, liegt also leicht unter dem Angebotspreis. Kommen wir jetzt mal zu ABB. Die haben nämlich ein ziemlich starkes Gewinn- und auch Umsatzwachstum hinlegen können. Das Gewinnwachstum sogar überproportional, im Übrigen im zweistelligen Bereich, genauso wie das Umsatzwachstum, war also sehr, sehr zufriedenstellend, was man dort im zweiten Quartal abgeliefert hat. Und vor allen Dingen soll das Gewinn- und Umsatzwachstum auch nochmal zweistellig ansteigen im dritten Quartal. Heißt also, man erwartet sich dort jetzt nochmal richtig Wachstum, was die Gesamtsituation angeht. Außerdem wird es höchstwahrscheinlich zwei neue IPOs, also zwei Abspaltungen bei ABB geben. Einmal die E-Mobilität, die extrem stark gewachsen ist, über 100% im ersten Halbjahr. Außerdem soll wohl das Turboladergeschäft auch ebenfalls ausgegliedert werden. Das Ganze wird dann wohl so aussehen, dass im vierten Quartal 2021 dementsprechend dann natürlich Vorbereitungen getroffen werden und das Ganze dann eingeleitet wird. Wann es dann genauso weit ist, weiß man noch nicht. Dazu gibt es im Übrigen noch keine öffentlichen Daten. Da wird man sich dann aber sicherlich auch zeitnah noch zu äußern. Wir kommen jetzt mal zu Unilever. Die sind nämlich ziemlich stark am Donnerstag unter Druck gekommen. Knappe 4% und das Ganze hatte natürlich auch einen Grund. Punkt 1, wir haben gerade das Problem, dass Rohstoffe, Logistik und so weiter teurer wird. Das heißt also, man wird einfach schlichtweg weniger Gewinn machen. Und genau das ist jetzt auch das Problem. Man hat nämlich am April noch in Aussicht gestellt, dass man mehr Gewinn machen wird als noch im Jahr 2020. 2020, das hat man jetzt leider wieder leicht nach unten revidieren müssen. Heißt also, man geht jetzt davon aus, dass man ungefähr im gleichen Bereich wie noch 2020 war. Man muss sagen, beim Umsatz wird man trotzdem weiterhin zwischen 3 und 5% prognostizieren. Heißt also, der Umsatzwachstum soll weiterhin 3 bis 5% betragen. Aber vor allen Dingen natürlich durch diese steigenden Kosten, die kann man nicht einfach an den Kunden weitergeben. Man kann natürlich die Preise erhöhen, aber auch nicht ins Unermessliche. Gerade wenn wir jetzt auf die Rohstoffe, die Logistik und die Verpackung und so weiter gucken, ist das alles um einiges teurer geworden. Und dementsprechend geht das natürlich auf den Gewinn, den Unilever dann einfahren würde. Das heißt jetzt also, leider wird man sich nicht verstärken können im Gewinnbereich. Das heißt also, man will kein großes Gewinnwachstum haben, eher im gleichen Bereich wie noch letztes Jahr sein. Dementsprechend sind die Aktien dann auch ein bisschen abgestraft worden. Werden wir natürlich auch hier sehen, wo es ganz hingeht in nächster Zeit. Und ob die Prognosen vielleicht nach dem dritten Quartal nochmal angepasst werden, das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Wird aber spannend. Und bleibt also abzuwarten, ob dort nochmal was passiert. Wir kommen jetzt zu Abbott Laboratories. Die haben nämlich genau dasselbe Problem, ein bisschen andere Sache. Aber die mussten auch ihre Prognosen fürs volle Jahr senken. Zwar geht es um den Gewinn je Aktie. Der lag bei 3 US Dollar 74. Also die Prognosen, dass man im Gesamtjahr einen Gewinn pro Aktie von 3 Dollar 74 hat. Das wird allerdings gesenkt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern auf 3 US Dollar je Aktie. Das ist natürlich nicht gerade toll. Die Nachricht für die Investoren und so weiter. Deswegen sehen wir dort jetzt auch einen leichten Rückgang, was den Aktienkurs angeht. Das liegt unter anderem daran, tatsächlich insgesamt, also das Gesamte, dass wir weniger Gewinn haben werden, dass zum Beispiel die Corona-Tests, die Nachfrage einfach um einiges gesunken ist. Die Nachfrage brach fast auf die Hälfte ein. Insgesamt sind es jetzt nur noch 1,3 Milliarden US Dollar, die man damit einnehmen kann. Und das ist natürlich schon ein ziemlich starker Rückschritt. Dementsprechend also auch die Prognosen, die nach unten hin angepasst wurden. Heißt also genauso, wie für Unilever sieht es gerade nicht allzu positiv für Abbott Laboratories aus. Wir kommen jetzt aber mal zu Delivery Hero, denn dort ist jetzt mal eine positive Nachricht. Man bekommt nämlich den Aufschub. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Man möchte gerne Yu-Gi-Oh! verkaufen bzw. man muss sie verkaufen. Das hat die koreanische Behörde so entschieden. Also die Aufsichtsbehörde hat das so entschieden, weil man sich ja den Konkurrenten auch gekauft hat. Wegen der Marktmacht musste man jetzt Yu-Gi-Oh! verkaufen. Und das hatte man nicht in dem Zeitraum geschafft, der vorgegeben worden ist. Dann musste man halt Unterlagen einreichen für eine Verlängerung, also eine Fristverlängerung um 5 Monate. Und diese Fristverlängerung wurde jetzt tatsächlich auch gegeben. Dementsprechend eine kleine positive Nachricht für Delivery Hero. Jetzt haben sie nochmal 5 weitere Monate Zeit, um dafür einen Abnehmer zu finden, der auch den Preis zahlt, den man gerne haben möchte. Nächstes Thema ist Volkswagen bzw. auch BMW. Ich komme nochmal gleich getrennt zu BMW. Bei Volkswagen geht es im Prinzip darum, dass man auf dem virtuellen Aktionärstreffen nochmal so ein bisschen andeuten lassen hat, dass auch die Probleme mit dem Chipmangel wahrscheinlich über die nächsten Monate hinweg weiterhin bleiben werden. Wir werden darüber ja schon mal berichtet. Insgesamt hat man im ersten Halbjahr wohl ungefähr 100.000 Fahrzeuge nicht verkaufen können bzw. einfach auch nicht herstellen können, weil man halt das Problem mit dem Halbleitermangel hat. Und das wird sich jetzt wohl höchstwahrscheinlich weiterhin so führen. Man hatte ja wegen der Corona-Flaute noch 2020 einfach das Problem, dass man viel von den Bestellungen gestrichen hat. Hätte man das jetzt nicht gemacht, hätte man eventuell was auf Vorrat gehabt. Aber im Nachhinein ist es dann immer einfacher zu sagen. Was einfach feststeht ist, dass es jetzt über die nächsten Monate weiterhin wohl Probleme im Halbleiterbereich geben wird. Und damit kommen wir jetzt auch gleich zu BMW, denn die haben ebenfalls die gleichen Probleme wie Volkswagen. Allerdings geht das bei denen jetzt schon etwas weiter. Im Werk Leipzig hat man jetzt tatsächlich nur einen Tag von fünf Tagen arbeiten können. Ganz einfach wegen dem Chipmangel. Und das sieht jetzt wohl auch gerade für die nächste Zeit nicht um einiges oder nicht viel besser aus. Heißt also auch dort könnten jetzt sogar Produktionen komplett erstmal in Leipzig ausfallen, weil man dort einfach schlichtweg nicht herstellen kann, weil diese Chips fehlen. Kommen wir zu Apple und Bitcoin. Das ist tatsächlich eine Spekulation. Deswegen betone ich das jetzt nochmal ganz, ganz deutlich. Es ist wirklich nur eine Spekulation. Da steht noch gar nichts fest. Es geht durch mehrere Nachrichten gerade, also auch durch mehrere, nicht nur Nachrichtenportale wie Twitter, sondern wirklich auch seriösere Seiten, die das berichten, dass es sein könnte zumindest, dass Apple tatsächlich in den Bitcoin eingestiegen ist. Dort werden Summen genannt im Milliardenbereich, so zwischen 1,5 und 2,5 Milliarden US-Dollar, die Apple wohl investiert haben soll in den Bitcoin. Das Ganze ist wie gesagt allerdings noch überhaupt nicht bestätigt. Wirklich nur eine Spekulation. Und dabei wird es jetzt wohl auch erstmal bleiben, denn alle sagen das Gleiche, dass das in nächster Zeit eventuell angekündigt werden könnte von Apple, dass man das gemacht hat. Heißt also, es könnte jetzt durchaus auch noch ein bisschen dauern, bis tatsächlich dann eine Ankündigung kommt, falls es überhaupt so weit gekommen ist, dass Apple in Bitcoin investiert hat. Kommen wir zu About You, denn die haben eine sehr, sehr gute Nachricht rausgehauen. Und zwar geht es um das Umsatzwachstum fürs Jahr 2021-2022. Dort erwartet man sich jetzt nämlich tatsächlich ein Umsatzwachstum von 40 bis 50 Prozent, also ein extrem starkes. Man muss sagen, die operative Marge ist weiterhin im Minusbereich, liegt bei minus 4,5. Kann sich vorstellen, dass die bis auf minus 2,5 steigen kann. Heißt also, man wird da nicht mehr ganz so viel operativen Verlust einfahren. Allerdings wird das Ganze weiter natürlich im Verlust enden. Nichtsdestotrotz geht es dort ja eher um den Umsatz. Deswegen ist die Aktie auch vorbörslich im Plus gewesen. Ganz einfach deswegen, weil das natürlich ein sehr, sehr positives Zeichen ist, dass man diese Prognose jetzt nochmal bestätigt, sogar dann zum Teil leicht angehoben hat. Kommen wir zum nächsten Unternehmen und zwar Peloton. Und die wurden von Redbush etwas downgegradet. Heißt also, die Analystenempfehlung wurde gesenkt von Outperform auf neutral. Außerdem wurde das Kursziel auf 115 US-Dollar gesenkt, während der Kurs aktuell bei knapp 126 US-Dollar liegt. Heißt also, der wurde nicht nur nach unten angepasst, sondern ist aktuell sogar unter dem aktuellen Kurs. Dementsprechend ein relativ schlechtes Zeichen. Gut, das ist letztendlich nur eine Analystenstimme, aber nichtsdestotrotz heißt das natürlich für einige Leute schon immer, dass sie dann verkaufen. Ganz einfach deswegen, weil sich da dann doch natürlich relativ viele dran halten. Also relativ viele Investoren. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren und liken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020